So, wir sind hier irgendwo auf dem Feld, keine Ahnung, es ist recht schön hier, ich bin aber schon ein bisschen unterwegs, aber ich glaube, der Romero hinkt, sobald das morgen der Buchstuhl kommt, er will alles auf die Wiese, hier ist gebürtig, ist die Erde, nein, Quatsch. Wo sind wir denn jetzt? Das würde, ich habe keine Ahnung, ja, schön, toll, aber wir reiten jetzt einfach so einen kleinen Kreis und reiten ja nach Hause und geht der Romero noch ein bisschen auf die Karpel, ja, so machen wir das, ja, das ist der Romero übrigens, guten Tag. Das sind der Tag von Romero, das ist der Romero, das ist der Weg, guten Tag. Und das ist unser Weg! Hi! Hi! Das ist immer galoppiert, aber irgendwie hat der Romero heute keine Lust, obwohl er zwei Teil mit dem Stall gestanden hat. Schön hier, ne? Nach diesen Weiten, diese Felder. Ey, eben hatte ich so einen Hunden mit einem Mann mit einem Hund verfolgt. Romero, wir müssen hier rein! Wir müssen hier rein! Wir müssen hier rein! Ja, der Romero, der schreitzt immer ein bisschen, ne? Aber, äh, ja, ich würde sagen, ich mache jetzt dann auch mal Schluss. Weil, wir wollen jetzt gleich ein bisschen galoppieren und es ist schwierig, ihn dabei zu filmen, weil der Romero, der geht immer nach allen Seiten hin ab. Aber wir können es mal abprobieren. Ich hoffe nur nicht, dass ich jetzt mal hinliefern gehe.